Wir stellen Beschlagstechnologien für Fenster und Außentüren aller Öffnungsarten her. Die Roto Frank Holding AG besteht aus drei Divisionen. Ich arbeite in der Fenster- und Türtechnologie GmbH. Roto wurde 1935 von Wilhelm Frank gegründet und befindet sich seitdem im Besitz der Nachfolgerfamilien. Also ich habe mich bei Roto beworben, weil es eben eine internationale Firma ist und zu den führenden Akteuren seiner Branche gehört. Ich habe die Produkte bei mir im Haushalt gesehen, mich dann über das Unternehmen informiert und mich beworben. Mein Bruder hat hier schon die Ausbildung angefangen. Da es ihm gut gefällt, dachte ich, es wäre auch was für mich. Ich habe viel Gutes über die Ausbildung bei Roto gehört und Roto ist ein mittelständisches Unternehmen mit globaler Bekanntheit. Ich bin online gegangen, bin ein bisschen durchs Internet gescrollt und dann bin ich auf die Seite von Roto gestoßen und die hat mich überzeugt. Die individuelle Planung der Praxisphase. Wir können jederzeit Wünsche und Planungen äußern, die werden angehört und versucht umzusetzen. Außerdem wird viel Wert auf Selbstständigkeit gelegt. Mir gefällt vor allem die tolle Zusammenarbeit, die Flexibilität und der nette Umgang untereinander bei Roto am meisten. Wir können uns immer aufeinander verlassen und ich selbst habe schon gemerkt, dass man in vielen Situationen über sich selbst hinauswächst. Ich kann kreativ sein und meine eigenen Ideen einbringen. Was ich gut finde ist, dass die Ausbildungsleitung uns viel Vertrauen entgegenbringt und wir uns bei Projekten realisieren dürfen. Man wird auf die Prüfung gut vorbereitet. Das fängt dann mit dem Prüfungsanspruch und endet dann in Übungsprüfungen mit Zeitvorgabe. Dass die Kollegen alle sehr freundlich sind und dass sie bei Fragen immer gerne auf sie zukommen können. Durch die vielseitigen Aufgaben aus der IT bekomme ich ein breites Spektrum der IT gezeigt, wodurch ich auch sehr viel lernen kann. Man verdient schon als Azubi gut und hat viele Weiterbildungsmöglichkeiten wie Meister, Techniker oder ein Studium. Dass es sehr abwechslungsreich ist, da wir als Industriekaufleute alle Abteilungen eines Industrieunternehmens durchlaufen. Immer andere Aufgaben und man stellt Teile her, die im Werk benötigt werden. Roto, was geht? 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 Roto, am our Untertitel mit Rasen! Wir gehen! Vielen Dank.